In der vielfältigen Welt der Körpersprache gibt es also jede Menge Gesten, die alle eine andere Bedeutung haben. Von daher ist es gut, wenn Sie sich mit den wesentlichen Gesten beschäftigen und die tiefergehende psychologische Bedeutung dahinter kennen und verstehen. Auch die Wissenschaftler Eckmann und Friesen haben sich der Thematik angenähert und sie unterscheiden fünf verschiedene Gestiktypen. Embleme. Diese Form der Gestik verstehen alle Menschen, die zu der gleichen Gesellschaft bzw. der gleichen Kultur gehören. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Händeschütteln, um Hallo zu sagen. Illustratoren sind eine Form der Gestik, die das Gesagte noch einmal visuell unterstreichen sollen. Ein Beispiel für diese Form der Gestik wäre, wenn man jemandem erklären möchte, wie groß ein bestimmtes Gebäude ist und dabei die Arme ganz weit auseinanderstreckt. Affektive Gesten sind sogenannte Mikroausdrücke, um eine Emotion auszudrücken. Solche Gesten sind beispielsweise das Zusammenziehen der Augenbrauen bei Skepsis oder weit aufgerissene Augen bei der Empfindung von Angst. Regulatoren sind dafür gut, um dem Gegenüber zu signalisieren, dass er zum Beispiel mit seiner Ansprache beginnen kann, indem man ihm ganz kurz zunickt. Nun haben Sie sehr viel theoretischen Input zum Thema Gestik in der zwischenmenschlichen Kommunikation erhalten. Gibt es etwas, das neu für Sie war oder kannten Sie bereits die ganzen Inhalte? Was können Sie aus dem neuen Wissen für sich herausfiltern, das Ihnen dabei hilft, im alltäglichen Leben ein besserer Kommunikator zu werden?